Dann mach ich die das nächste Mal einfach. Und dann, ja, dann guck ich das nächste Mal einfach drauf und sage, ach, das hab ich, nimm es einfach in die Hand. Sozusagen. Uah! Oh, was ist denn das für ein Teil? Einfach mal abbauen, auch wenn es nicht mehr in dein Inventar passt. Vielleicht explodiert es ja und reißt dich in Stücke. Vielleicht ja auch nicht. So, gleich sind wir hier zu Hause, das ist doch schon mal schön. Dann hab ich auch genug Clay. Und anderes Zeugs. Und dann kann ich schon mal... Ach ja, ich wollte hier eigentlich... Das macht keinen Unterschied. Erstmal gehe ich alles wegpacken und dann gehe ich Spinnen bekämpfen. Denn ich brauch dessen Fäden. Die ganzen unnötigen Sachen, sowas wie... Nein, Karotten brauche ich noch. Eine Potato. Sand brauche ich auch. Cobblestone. Rotten Flesh. Weg damit, weg damit. Sugargrass. Also jetzt auch nicht genau. Quicksand. Sand brauche ich eigentlich. Zombie Brain. Raid. String. Raid kann ich auch gebrauchen. Okay. So, dann habe ich hier die Kiste. Da kann ich das alles reinstecken. So. Hier ist nichts drin. Hier ist auch noch nichts drin. Hier ist was drin, was ich noch nicht brauche. Ähm. Hier ist auch noch was drin, was ich nicht brauche. Boah, ich habe mir eindeutig zu viele Kisten gemacht. Ich muss die nachher ordentlich sortieren. Sonst geht das gar nicht. So. Hatchet kann weg. Das muss ich gleich reparieren. Das kann weg. Das kann weg fürs Erste. Äh. Ja, jetzt habe ich so und so viele Chests gebaut. Jetzt brauche ich die gar nicht. Das kann auch schon mal weg. Ach ja, in der Eye kann ich auch nicht gebrauchen. So. Das kann ich aufnehmen. Die Potatoes kann ich aufnehmen. Das kann ich auch aufnehmen. Wie schön. Äh. Weg mit den Seeds. Die kommen weg. Ich brauche Gravel. Oh. Gravel habe ich diesmal ziemlich wenig. Das ist ja schlecht. Egal. Ich glaube, das ging so. Ja. Perfekt. 32. 32. 32. 10 rausnehmen. Und. Wer hätte es gedacht? 32. Ähm. Ja. Raus mit uns. Und. Oh. Jetzt kriegen wir das Essen. Das Zeug da rein. Denn Cobblestone brauche ich nachher. Und Cobblestone war schön sortiert da drin. So. Wo haben wir denn Zombies in der Nähe? oder Creeper kann ich nicht gebrauchen. Skelette kann ich nicht gebrauchen. Hinter mir ist eine Spinne. Sagt zumindest das Radar. Ob das stimmt. Ja. Es stimmt sogar. Cool. Und wieder ein String mehr. So. Da muss auch noch irgendwo eine Spinne sein. Oh. Mein Gott. Ah. Hinter mir ist nichts. Gut. Boah. Weg mit euch. Ihr interessiert mich auch nicht. Ja es ist jetzt super gewesen. Hier mit. Appetite. Weiß noch nicht mal was es ist. Geil. Ich lebe unter einer Schneedecke. Ups. Passiert mal. Puh. Nein. Nein. Ich möchte gerne nicht hierbleiben. Ups. La. Weg hier. Das sind mir zu viele. Ich suche eigentlich nur Spinnen. Wieso will keiner keine Spinne zu mir kommen? Wieso nicht? Ich mag euch doch so gerne. Ich hab euch doch zum Fressen gern. Schweine natürlich nicht. Schweine sind... Schweine eben. Okay. Sieht nicht sehr gut aus. Ich mach dann weiter. Achso. Das ist das Gerät. Gelände. Gerät. So. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, hier... Da vorne... ...muss eine Spinne sein. Perfekt. Die Karte hat mir richtig geantwortet. Die Karte sagt, da vorne muss noch eine Spinne sein. Und hinter mir... Nichts. Gut. Aua. Was sagt denn die Karte noch? Stirb doch einfach. Hinter mir ist noch eine Spinne. Super. Komm her, Spinne. Ich liebe dich doch. Tut mir leid, Spinne. Oh mein Gott. Da ist etwas vier los. Oh, ich hab ja auch fast gar kein Leben mehr. Oder sehr wenig. Ich sollte mal wieder was futtern. Da ist ein Skelett und ein Enderman. Die brauche ich nicht. Hm. Wo haben wir denn noch irgendwas? Da ist Öl. Kann ich Öl gebrauchen? Lass mal überlegen. Nein. Obwohl. Doch. Ich könnte damit, glaube ich, sogar die... Tuchtel antreiben. Das wäre eigentlich eine geile Idee. Naja. Ich guck mal, wie viele Strings ich jetzt habe. Und ob das für ein Backpack passt. Was willst du von mir? Ah, Spinne. Ah. Du bist immer willkommen. Auch wenn du mich von oben anfällst. So. Nein, ich möchte essen. So, wir haben doch hier genau bestimmt Fäden. Uns fehlt uns wahrscheinlich genau noch einer. Oder er ist einfach hier in einer der Kisten drin. Nein. Natürlich nicht. Also fehlt uns genau noch ein Faden. Wir müssen genau noch eine Spinne suchen. Und die ist laut meinem Radar genau hinter uns. Wie immer. Okay. Da vorne nämlich. Schön, Spinnchen. Komm her. Lauf doch einfach zur Spinne. Da ist sie. Oh, und sie hat keinen Faden droppen lassen. Hier gibt es doch bestimmt noch eine Spinne, die ich gerade sehe. Da ist ein Skelett. Kann ich nicht gebrauchen. Boah, bin ich eigentlich blind? Oder so? Da ist noch eine Spinne. Geh mir nicht auf den Geist. Aua. Upsala. Also das gefällt mir hier gar nicht. Boah. Raus hier. Aua. Schießen sich sogar selber ab. Da vorne. Na? Schön, mich in Ruhe lassen. Oh, hier lädt die Welt. Ich geb mich erst gar nicht mit dir ab. Das hast du nicht verdient. Ich geb mich jetzt ab.